In der dreijährigen Lehre zur Kauffrau darf ich in vielen verschiedenen Abteilungen arbeiten und die gesamte Welt des Berufes kennenlernen. Hier am Empfang ist es wichtig, die deutsche und englische Sprache zu beherrschen, nachdem man viele Telefonate entgegennimmt. Außerdem darf ich unsere Kunden freundlich begrüßen und bin damit die erste Kontaktperson für unsere Besucher. Zudem organisiere ich die Sitzungszimmer, öffne und verteile die tägliche Post und bin für das Büromaterial zuständig. Ich darf in vielen weiteren Abteilungen meine Lehrzeit verbringen, darunter gehört das Marketing, die Buchhaltung, der Einkauf, der Kundenservice und die Personalabteilung. Im Marketing lerne ich den Umgang mit den Marketingensummelten und darf unsere Produkte dem Kunden nähert werden. Im Einkauf lerne ich Waren zu beschaffen, dazu gehört auch die Kontrolle der Anlieferung. In der Buchhaltung lerne ich die Buchführung der Firma kennen. Hier werde ich Rechnungen und Spesen kontieren und verbuchen. In der Personalabteilung führt man viele Gespräche mit den Mitarbeitern oder erstellt wichtige Dokumente. Im Kundenservice werde ich dann im engen Kontakt mit unseren Kunden sein, sei es per Telefon oder Mail. Es ist wichtig, dass man pünktlich ist und in Ordnung hält. Ich habe mich für Skogro entschieden, da es meiner Meinung nach eine gute Grundbildung für die Zukunft ist.